Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christian, ich bin der Trainer und bei mir dreht sich seit über 20 Jahren alles ums Fotografieren. In meinem heutigen Photoshop Tutorial zeige ich dir den wahrscheinlich schnellsten Weg, Haut in Photoshop zu retuschieren. Und nicht nur das. Ich habe das Ganze für dich auch als Aktion zusammengestellt, die du dir kostenlos herunterladen und dann in Photoshop installieren und verwenden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen. Gleich geht's los nach dem Intro. Wir sind jetzt in Photoshop und ich habe bereits ein Foto für euch geöffnet, bei dem ich euch zeigen möchte, wie man ganz schnell mit Hilfe von AI die Haut bei Portraits retuschieren kann. Ich habe euch dann im Anschluss dafür auch eine Aktion vorbereitet, die ihr über den Link in der Beschreibung dieses Videos downloaden könnt. Zuerst möchte ich euch aber zeigen, wie es funktioniert. Prinzipiell ist es so, dass natürlich die AI-Funktionen nicht erst mit Mai 2023 Einzug gehalten haben in Photoshop, sondern bereits etwas länger in Photoshop verfügbar sind unter den Neural Filters. Da gibt es einige dabei, die jetzt nicht so genial sind, andere aber, wie zum Beispiel diese Hautretusche, die super funktioniert. Finden tun wir das Ganze im Menüpunkt Filter unter den Neural Filters. Hier drinnen haben wir dann die Hautglättung, die wir hier einschalten können. Sollte bei euch das noch nicht heruntergeladen sein, dann habt ihr so eine Wolke mit diesem Download-Pfeil draufklicken, draufklicken, dann wird es automatisch installiert und dann könnt ihr das aktivieren. Dann haben wir hier bereits auch die Hautglättung schon angewandt. Ich zeige euch hier ein Vorher und Nachher. Und wir können hier über Weichzeichnungsfilter und Glättung die entsprechenden Einstellungen treffen. Der Weichzeichnungsfilter sorgt dafür, wie weich die Haut im Wesentlichen ist und die Glättung sorgt dafür, wie viele Poren wir sozusagen sehen oder verbergen können. Egal, was ihr hier einstellt, das richtet sich natürlich immer nach dem Bild, das ihr hier verwendet, könnt ihr dann das Ganze, bevor ihr es mit OK bestätigt, hier als Ausgabe auf Smart Filter stellen. Im Normalfall steht es auf aktueller Ebene. Da nehmen wir Smart Filter, bestätigen mit OK. Der Grund hierfür ist, dass wir hier die Neural Filters stehen haben und durch Doppelklick auf diese Neural Filters hier jederzeit nachjustieren können. Dank der Smart Filter Option. Jetzt ist es aber so, dass man das Ganze möglicherweise nicht im gesamten Gesicht anwenden möchte. Wenn dem so sein sollte, klicken wir hier den Smart Filter, also die Ebene hier an. Das ist eine Maske. Wir drücken STRG-I, um die Maske umzukehren. Jetzt seht ihr, dass das Ganze hier überall heraußen ist. Nehmen unser Pinselwerkzeug weiß als Vordergrundfarbe und können dann die Hautglättung hier überall dort mit dem Pinsel auftragen, also mit weiß, wo wir sie gerne hätten. Damit das Ganze für euch noch schneller geht, habe ich euch, wie gesagt, eine Aktion vorbereitet. Und wie man die anwendet und verwendet, das möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu setze ich jetzt mein Bild über das Protokoll auf den Anfang zurück. Ich habe hier natürlich bereits die Aktion installiert, im Ordner Christian fotografiert und sie heißt Quick Skin Retouch. Wenn wir die einfach einmal anklicken und mit der Wiedergabetaste hier starten, dann wird sie nicht nur automatisch angewandt, sondern die Ebene bereits invertiert. Außerdem wird das Pinselwerkzeug ausgewählt, egal welches Werkzeug ihr vorher hattet, und die Vordergrundfarbe wird automatisch auf weiß gestellt. Und schon könnt ihr losmalen. Das ist der schnellste und einfachste Weg, Haut zu retuschieren. Wenn euch interessiert, wie man detailliertere Hautretusche macht, dann bitte ich euch um einen kleinen Kommentar unter diesem Video. Ich schaue mir die an. Auch das war ein Wunsch von einer Zuschauerin und werde in den kommenden Videos natürlich eure Fragen auch beantworten. Wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch gerne über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und jeden Montag mit neuen Photoshop Tutorials versorgt werden möchtet, dann lasst bitte auch gerne ein Abo für meinen Kanal da. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und bis nächsten Montag bei einem neuen Photoshop Tutorial. Macht's es gut!